Habt ihr schon das passende Outfit für die Weihnachtsfeier? Falls nicht, schaut vorbei. Wir haben festliche Kleider, wie zum Beispiel hier von Daniel Hechter, aber auch viele andere Firmen. Wer es sehr leger mag und ein bisschen sportlicher, der könnte zum Beispiel auch eine schöne Hose von Buena Vista mal probieren. Hier habe ich noch mal zwei Outfits rausgesucht. Das eine ist ein bisschen festlicher gehalten, zum Beispiel für die Firmenfeier. Das andere Outfit ist ein bisschen schlichter, sportiver gehalten, zum Beispiel für das Fest mit der Familie oder auch im alltäglichen Gebrauch. Für jedes Jahr eine schöne Geschenkidee ist auch die aktuelle Mode in der Wäscheabteilung, wie zum Beispiel Calvin Klein, die Tagwäsche, sowie auch die Unterwäsche. Gemütlich, kuschelig, für einen schönen Abend vor dem Kamin. Was unter keinem Weihnachtsbaum fehlen darf, sind Socken. Passend in Weihnachtsmotiven oder wer es etwas schlichter mag, auch in vielen Farben und Formen. Und damit auch die kleinsten Töne zum Weihnachtsfest angezogen sind, haben wir eine große Auswahl in unserer Kinderabteilung. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 5x50 Euro Gutscheine. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und frohe Weihnachten!